Der Kinocast Hallo und willkommen hier zur 777. Ausgabe vom Kinocast. Hallo Chris. Hi, einen schönen guten Tag. Hallo. Hallo, hallo. 777 Schnapszahl. Muss ich mir gleich mal eine Flasche stilles Wasser aufmachen hier. Oh, nicht übertreiben, Erik. Äh, nee, nee. Ähm, ja, Mensch, wir haben Filme mitgebracht. Jede Menge, über die wir heute sprechen wollen. Wir hatten die französische Wanderhure Jean Dubarry in der Sneak Preview. So, allerdings nicht mit Alexandra Nelgl, sondern, ja, mit, weiß nicht, sprechen wir nach drüber. Ähm, dann sprechen wir natürlich noch, was so Neues anläuft, wie die Charts aussehen im Ländle und in Deutschland. Es gibt eine sehr tolle Kino-News, wie ich finde. Also da auf jeden Fall heute mal reinhören. Was haben wir denn noch? Im Heimkino gesehen. Jetzt auch wir beide, Chris und Erik, Emergency Declaration gesehen auf Sky, den koreanischen Flugzeugunglücks-Terroranschlagsfilm. Ähm, und ich muss leider mal über den Nummer-Eins-Hit von Netflix, Heart of Stone, reden mit, mit der Wonder Woman. Und natürlich, natürlich müssen wir über Ahsoka reden. Ahsoka. Aber hallo. Ahsoka. Das klingt schon so, als ob du Bock hättest. Wir müssen da drüber reden. Das muss sein jetzt, das ist ja das große Ding, war ja auf der Gamescom ein Riesenstand, wo es eigentlich nichts gab. Also, es war ein Riesenstand, stand da Ahsoka da. Dann hatten sie auf einem Screen den Trailer laufen in Dauerschleife und dann gab es so eine runde Kabine, da konntest du reingehen, da konntest du so ein 360-Grad-Video machen mit Laserschwert und so. Aber ja, sonst halt nix. Ich habe versucht, als die, wir waren ja am Fachbesuchertag ganz früh da und ich war relativ früh an dem Stand, da haben sie erstmal noch halb aufgebaut. Also, bei Disney scheint mir das nicht ganz so im Griff zu haben, so ein Messebetrieb irgendwie, dass man da fertig sein muss, wenn es losgeht. Okay. Und da lagen noch so diese T-Shirts rum, da stand Ahsoka drauf in diesem Schriftzug, schönes schwarzes T-Shirt. Und da habe ich noch versucht, den zu bequatschen, dass ich so ein T-Shirt für dich bekomme. Aber er hat gemeint, dass es nur für die Leute am Stand stand. Aber ich sage, guck mal, die sind jetzt alle da und die haben alle ein T-Shirt an. Und der Berg, der da liegt, der ist doch jetzt übrig. Gib mir doch mal eins mit. Hast du bestimmt eins in XXL oder XL da oder so ein großes. Und hat es mir nicht gegeben. Nee, leider nicht. Leider nicht. Aber gut, Gamescom. Reden wir vielleicht später nochmal drüber, wenn die Zeit passt. Fangen wir mal an mit Jean Dubarry. Das wurde ja tatsächlich auch getippt, nicht von mir. Das war diesmal nicht mein Tipp. Ja, ist erstaunlich eigentlich. Ja, erstaunlich. Wobei das eigentlich so ein Film ist, wo ich ja eigentlich so rein vom Thema her hätte es mich da schon mal ein bisschen interessieren können müssen. Es ist ein sogenanntes französisches Historiendrama. Die prominenteste Hauptrolle spielt Johnny Depp als Ludwig der Fünfzehnte. Und wer sich natürlich in der französischen Geschichte ein bisschen auskennt, weiß, das ist quasi so die Generation bevor der Guillotine. Also da kam dann noch eine danach. Die hat es dann erwischt an der Guillotine. Also da war halbwegs noch alles so ganz halbwegs safe. Also war noch keine Unruhen im Land und nichts. Und das Volk lebte natürlich schon in ziemlicher Armut, während es an den Höfen sehr, sehr gut lief. Und die hatten eigentlich alles und exotische Früchte und Essen und die überschwangen mit Kleidern, mit Gold, mit sonst was allem. Und die Jean Dubarry kommt aus dem einfachen Volk, hat die Mutter, ist glaube ich eine Schneiderin. Und irgendwie schafft es sich dann so ein bisschen, also zuerst wird sie so eine Liebhaberin von so einem Grafen. Und es war ja damals so ein Thema so mit Mätressen. Also man hat sich dann so eine Nebenfrau gehalten oder mehrere, je nachdem wie finanziell solvent man war. Und diese Mätressen wurden dann halt auch gerne mal so rumgereicht im Freundesbekanntenkreis oder im Adelskreisen. Und das war auch so ein bisschen so eine Art, ja, so eine Art Asset, wo man dann sich auch in höhere Kreise ein bisschen einkaufen konnte. Oder ja, und das macht halt eben dieser Graf, dieser Graf Dubarry. Also man hört schon raus, der Film heißt Jean Dubarry und sie heißt der Graf Dubarry. Also am Anfang heißt sie noch nicht Dubarry, sondern sie ist erst mal nur die Mätresse. Wie heißt sie eigentlich? Jean auf jeden Fall, aber mit Nachnamen weiß ich gerade nicht. Jedenfalls ist sie am Anfang so die Mätresse. Aber damit sie, oder er will sie dann weiterreichen in höhere Kreise, um selber denn eben auch in diese Kreise reinzukommen an den Hofe. Was dann auch natürlich klappt, was wir uns ja denken können. Und sie, damit das alles halbwegs safe ist, muss er, der Graf, muss sie dann auch erst mal ehelichen. Das heißt, deswegen wird sie dann Jean Dubarry, damit sie eben diesen Anschein erweckt, dass sie eben nicht aus dem einfachen Volk kommt, sondern eben auch einen Adelstitel hat und damit das nicht alles so anrüchig ist, wenn sie dann an den Hofe kommt. Und sie schafft es dann eben bei so einer Art, wo der König immer im Spiegelsaal an seinen Höflingen vorbeiläuft, schafft sie so ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen mit ihrer Art. Und sie schafft es dann natürlich auch, dass sie von ihm eingeladen wird in seine Gemächer. Und ja, dann macht sie mit ihrer relativ unbefangenen, einfachen Art, schafft sie es, ihn für sich zu gewinnen. Und ja, was soll man jetzt noch weiter sagen? Also es kommt dann natürlich, es wird gebumst, sagen wir so. Das sieht man natürlich nicht im Film. Aber es wird ihr auch nachgesagt, dass sie doch sehr den fleischlichen Lüsten zugetan ist, dass sie da sehr viel Spaß dran hat. Und deswegen macht sie da auch überhaupt nichts aus, wenn sie da so rumgereicht wird. Also heutzutage würde man wahrscheinlich Nymphomanen sagen. Und ja, deswegen diese ganze Art, dass sie da so viel Spaß dran hat, das macht natürlich auch dem König da sehr viel Spaß. Aber am Hof wird natürlich auch viel geredet und es ist natürlich auch so ein bisschen ein Skandal, wie er sich dann mit ihr präsentiert. Und es wird natürlich auch ihre Herkunft dann rausgefunden. Und ja, das war damals ein Filmfestspiel in Cannes, war das der, glaube ich, der Eröffnungsfilm oder so. Und ist da sehr positiv angekommen. Das ist bei mir schon mal in der Filterbubble durchgeschwappt. Aber jetzt, als der Tipp verlangt wurde, ist der mir nicht eingefallen. Nein, aber ja, man sieht halt, also gerade wer sich so ein bisschen für Frankreich interessiert, wie das damals alles so ablief und war. Und wenn man da vielleicht schon mal an den Orten war, in Versailles und so weiter, ist schon echt toll gedreht. Es ist wirklich toll gedreht. Also die Leinwand in der Sneak ist immer so ein kleiner Indikator, was einen für einen Film erwartet, ist, wenn der THX-Trailer vorbei ist und dann die Leinwand so auffährt. Das kriegt der Chris nie mit, weil da ist er gerade raus, weil er da seine Preise wegbringt und so. Er macht ja die Moderation. Aber dann fährt so die Leinwand auf und je weiter sie auffährt, also je breiter das Bildformat ist, weißt du schon, okay, das ist jetzt auf jeden Fall nicht so eine Arte bayerische Rundfunkproduktion für 16 zu 9 oder irgend sowas. Sondern das ist jetzt schon ein richtiger Kinofilm, der an Breitwand gedreht wurde und hier ist die Leinwand aufgefahren, aufgefahren, aufgefahren. Er hat ja überhaupt nicht mehr aufgehört. Also es war wirklich ein sehr breites Bildformat, was natürlich auch bei den Aufnahmen von Versailles und von Paris in der damaligen Zeit, das sah schon richtig gut aus. Ja, ich fand so diese ganzen Intrigen, was da so war, wenn man da schon ein bisschen was gesehen hat, vielleicht mal so Dokumentation. Und was da damals so passiert ist. Ich fand das hier sehr interessant, wie das im Film nochmal gezeigt wurde, weil da war wirklich viel Wahrheit drin. Und wie es auch dargestellt, gerade auch Johnny Depp, fand ich eine ideale Besetzung für den, als Ludwig den 15. Und Louis, der 15. heißt der ja hier im Film. Das fand ich eine ideale Besetzung, weil ich glaube, wenn irgendein französischer Darsteller ihn besetzt hätte, das hätte nur schief gehen können. Weil da hätten alle gesagt, das ist nicht der Louis Depp und irgend sowas. Und da jetzt Johnny Depp zu nehmen, der in Frankreich sehr beliebt ist. Also ich weiß nicht, da lief sogar dieser unsägliche Film The Tourist lief da im Kino sehr gut, obwohl der im Rest der Welt verrissen wurde. Also man mag da Johnny Depp, wenn da irgendwas kommt. Und auch bei dem Gerichtsverfahren jetzt mit Amber Heard, also das war aus meiner französischen Filterbubble, da waren alle pro Johnny Depp. Also ideale Besetzungen, er spielt das auch gut und sie spielt das auch gut und auch so diese ganze höfische Attitüden und so, wie das alles so war. Und diese ganze Etikette, was ihr dann auch so beigebracht wird, das fand ich alles echt cool. Also ich habe aber so diese anderen, sagen wir mal Kostümserien und so, wie Downton Abbey und sowas, habe ich jetzt nicht so geguckt. Aber hier, das hat mir schon irgendwie gefallen, aber dir nicht so, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, mir tatsächlich überhaupt nicht so. Ich fand diesen Film von der Gesamtaussage her komplett unnötig, weil, ja toll, es wird halt diese zeitliche Periode von einer Dame gezeigt, die jetzt, ich weiß jetzt auch nicht, den großen Fußabdruck in der Geschichte hat sie glaube ich dann auch nicht hinterlassen. Jetzt kommst du wahrscheinlich mit, ja doch, sie hat sich getraut, Männerklamotten zu tragen mit dem König und hat ihm die Stunden geboten. Weiß ich nicht, also ich muss, ich muss, ich konnte mit dem Film von vornherein irgendwie nichts anfangen. Mich hat er überhaupt nicht abgeholt. Ich fand ihn unsäglich langweilig. Ich war froh, dass er nicht so lang ging. Ich fand, Johnny Depp wirkte streckenweise ein wenig gelangweilt auf mich. Vielleicht war das auch der Rolle geschuldet. Ich konnte auch mit der Hauptdarstellerin, mit Mai Wen, konnte ich nicht wirklich was anfangen. Also, nee, es hat, es war, mir hat, mir hat die Spannung gefehlt, mir hat der Humor dann vielleicht auch gefehlt, dieses Dramatische und, ach Gott, ja, das fand ich auch schwierig. Ich fand auch die Nebenbesetzungen dann mit hier, mit den Schwestern, sag ich schon, mit den Töchtern von Louis, also vom 15. hier, fand ich auch schon, ach, die gingen mir so auf den Seier. Das waren halt so richtig Verzogene, also das hast du ja heutzutage auch teilweise mit, siehst ja dann auf Instagram, wenn da solche von reichen Leuten irgendwelche Verzogenen gehören, die überhaupt nicht wissen, wie das Leben läuft, ne? Ja, und, nee, es hat mich überhaupt nicht abgecatcht, also wirklich auch dann dieses so, ja, und die eine, die drei Töchter und die eine hat sich dann so aufgeregt über den Tod ihrer Mutter und über alles, wie der Vater sich gibt, dass sie ins Kloster ist und ich so, oh Gott, ja, who cares? Ich fand's halt wirklich, es war so, der Geschichte erzählt, ich fand die Charaktere dann auch nicht gut gezeichnet einfach, auch was dann die Hintergrund oder sowas noch groß angeht, also mir hat die Tiefe gefehlt bei, bei Jean Dubéry hat mir komplett die Tiefe gefehlt, bei den ganzen anderen Charakteren mehr oder weniger auch, gut, Johnny Depp in dem Fall dann nicht, da hast du schon noch ein bisschen was erfahren, auch diesen Ablauf eines königlichen Aufstehens morgen. Und wie er selber davon genervt ist, mehr oder weniger, das fand ich ganz charmant noch, aber ansonsten, boah, nee, es war, es war nicht, es war definitiv kein Film, wo ich sagen würde, boah, den muss ich im Kino sehen oder boah, den möchte ich nochmal sehen, sondern, okay, habe ich jetzt gesehen, ähm, danke dafür, mehr brauche ich da nicht. Ich fand's halt spannend, dass nach dem Film es teilweise Applaus im Saal gab, da wurde mir dann endgültig klar, okay, ich habe ihn nicht verstanden, weil ich hätte wenn dann aus Ironie geklatscht oder aus, okay, er ist vorbei, ähm, ja, ich fand auch die, die Aufnahmen nicht so besonders geil, das war halt Standard. Ja, es ist halt manchmal so, manchmal erwischt einen irgendwas, manchmal nicht, das ist halt das Schöne in dem Sneak, dass man, dass man dann auch mal Sachen sieht, die man vielleicht sonst nicht geschaut hätte. Ich find's ja auch schön, dass wir nicht immer eine komplett anderer Meinung sein müssen. Ja, selten, ne, also, aber hier ist es gerade mal so, also ich, ich, es war irgendwie so diese ganze Stimmung, es war halt kein einziges Mal, wo man dachte, okay, das passt jetzt irgendwie nicht oder das, äh, das, man wird überhaupt nicht rausgerissen, man, man schlittert da so rein mit, mit der Jeanne, äh, die dann, ähm, quasi so an den Hof kommt und, ja, übrigens Marie-Jeanne Bécu hieß die eigentlich. Ja, aber, guck, und dann war auch, dann war es so eine Szene, dann kommt wieder die Erzählerstimme, ja, und das war die Situation, wo sie dann doch akzeptiert wurde und ich so denke, okay, alles klar, das hätte man vielleicht auch irgendwie anders noch dargestellt, aber scheiß drauf. Ich hab's sogar noch mal nachgelesen gehabt, sogar das, wo sie den Sklaven geschenkt bekommen hat, das hat sogar alles, ist historisch verbrieft, der hat sogar einen Namen, Louis Benouis Amor, hieß der sogar, ähm, ist echt, echt krass, ähm, naja, also, ja, ich weiß nicht, also, äh, ich kann nur dafür sprechen, für diesen Film, aber mir hat auch damals dieser Jacuz ja ganz gut gefallen, der auch in das Sneak lief über, das war ja auch französische Geschichte, der, und hier ja auch, ähm, und hier war es relativ nah dran, weißt du eigentlich, wer Regie geführt hat? Luc Böseau. Nee. Ich hab keine Ahnung. Die Hauptdarstellerin. Und das fand, finde ich auch ein bisschen krass, dass, dass quasi die, ja, also Regie ist schon eine Menge Geschäft, ne, wenn du da, ähm, zu tun, äh, alles mit, äh, Regiearbeit und Koordinieren und gerade, wenn du so einen riesen Film hast mit so vielen Komparsen und Statisten und, und Darstellern und da dann Regie zu führen und Hauptrolle zu spielen, das ist schon auch erwähnenswert, finde ich, ja. Ja, aber das würde tatsächlich so ein bisschen erklären, dass es dann, äh, mich noch weniger abgeholt hat im Endeffekt, weil es dann zu viel auf einmal wahrscheinlich war. Hm, weiß nicht, ich fand's gut, also deswegen. Oder vielleicht auch die fehlende Selbstkritik von, oder die fehlende Kritik von, äh, Regie an Hauptdarsteller. Ja. War natürlich auch, ähm, ich sag mal so, von den Szenen, die da so kommen, war es auch jugendfrei, also wir haben zwar jetzt eine Menge geredet über Sachen, die da passieren sind, zwischenmenschlich und so, aber es wird eigentlich nichts gezeigt und auch nicht so in die Tiefe gegangen bei irgendwelchen, bei irgendwelchen Gesprächen oder so. Also, es ist halt wirklich eher so, dass, das Leben am Hofe, die, die Skandale und, äh, Intrigen. Ja, und schnell bringt, bringt die Mätresse raus, durch die Bücherwand. Das ist auch cool. Es fällt ja überhaupt nicht auf, dass, wenn die nächste kommt, dass da zwei Tassen stehen und zwei Gläser und zwei Teller. Ja, die wollen nur nicht, dass sie sich begegnen, ja. Ja, das ist, äh, weiß ich nicht. Naja, also von mir bekommt dieser Film 7,5 von 10 Punkten, ich fand den sehr gelungen. Und von dir? Ähm, ich gebe ihm tatsächlich nett gemeinte 4 von 10 Punkten. Okay. Ähm, wie sieht's denn in unserer Gruppe aus? Ich guck da grad mal rein. Jean de Paris, da hat sogar mal jemand 9 Punkte gegeben, 8 Punkte viele, also ich hab auch 8 gegeben, ich hab aufgerundet. Ähm, 7, ja, 5, 4, 2 sind da auch noch gegeben worden. Und, ja, das waren dann halt welche, weiß nicht, was du, du hast wahrscheinlich deine 4 gegeben da, ähm, bei denen es nicht so verfangen hat, nehme ich mal an. Aber, ja, ist gut angekommen in der Sneak, im Großen und Ganzen, würde ich mal sagen. Deswegen, ähm, wann startet der eigentlich, findet man das ja irgendwo auf die Schnelle raus? Ähm, 24.8er, das ist ja quasi schon gewesen, jetzt letzte Woche. Läuft seit Montag, äh, Donnerstag. Ja, genau, das heißt, wenn, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr sagt, ah, ich bin da eher beim Eric, dann geht rein, wenn ihr sagt, nee, eher beim Chris, nee, dann geht ihr nachher noch ein Film. Aber geht auf jeden Fall ins Kino. Ähm, und jetzt werfen wir doch gleich mal einen Blick, was so Neues anläuft, vielleicht ist da ja irgendwas cooles dabei. Machen wir doch vielleicht noch den Sneak-Tipp für morgen. Den Sneak-Tipp, das ist eine gute Idee. Na, was hältst du denn davon, bevor wir schauen, was bei anderen läuft? Was hältst du denn dein Sneak-Master-Hinweis? Der Tipp für die Sneak 1179 am 28.08.2023 lautet Gefühlschaos. Hm, sind bis jetzt zwei Tipps eingegangen dazu, einmal von Martin Passages, weiß ich jetzt gerade nicht, und von mir der Sommer, als ich fliegen lernte, das ist so eine Coming-of-Age-Geschichte mit so einem Mädchen, was dann irgendwie so einen Jungen kennenlernt, so ein bisschen Gefühlschaos und so und nicht so recht weiß, wie und was. Könnte passen, könnte passen, aber das ist wahrscheinlich der Martin wieder richtig getippt. Der ist letzte Zeit sehr gut auch. Also, weiß gar nicht mehr, wann das war, dass keiner von uns richtig lag. Also einer hat es immer irgendwie richtig, glaube ich. Spannend. Aber jetzt, ja. Halt, Moment, was ist morgen vor der Sneak? Ah, ist das Computerspiel da? Ja, morgen, 20.15 Uhr wird mal Computer ein bisschen hier Fußball gespielt wohl in der Sneak. Also, wenn ihr in die Sneak nach Stuttgart, in die Innenstadtkinos kommt, morgen, 20.15 Uhr auf jeden Fall schon da sein, da könnt ihr mit eurem Handy auf der großen Leinwand ein Fußballspiel machen, das so ein bisschen mich an Rocket League erinnert. Ich werde auf jeden Fall da sein, ich will auf jeden Fall mitspielen. Ich bin gespannt, ob es der Erik auch schafft, aber, ja. Was schaffen. Da um 20.15 Uhr schon im Saal. Achso, das ist auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, das sieht auf jeden Fall ganz cool aus, da kann jeder mit dem Handy mitmachen, also kann der ganze Saal gleichzeitig, das wird dann so eingeteilt. In Rot und Blau, dass es ausgewogen ist, die Mannschaften, und kann man dann spielen, auch mit seinem eigenen Handy, irgendein QR-Code, und dann startet das sofort, muss man nichts installieren. Bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Ich auch. Das wird bestimmt ein riesen Gewusel, wie bei Fall Guys oder so. So, jetzt aber, oder? Neustarts und Charts. Jetzt aber, jetzt darfst du. So, was machen wir denn zuerst? Wollen wir mal in die Charts reingucken. Da müssen wir die deutschlandweiten Charts jetzt nehmen. Das ist, oh, gibt es da noch gar nichts Aktuelles? Ich habe hier 17. bis 20. Ja, das habe ich auch. Letzte Woche, also gibt es nichts Aktuelles, dann brauchen wir das eigentlich nicht nochmal vorlesen, weil das hat man ja letzte Woche schon, das ist jetzt noch nicht aktualisiert hier, warum auch immer. Lassen wir mal die Charts weg, diesmal, das wäre Quatsch. Schauen wir mal bei Kino.de, was die Neustart sind. Es startet neu The Equalizer 3, finaler Teil der Action-Trilogie mit Denzel Washington. Als Ex-Regierungsagent Robert McCall, der im Süden Italiens mit der Mafia abrechnet, habe ich jetzt schon mehrfach den Trailer gesehen, weil ich ja, ich war ja bei Mission Impossible im Kino und bei anderen Sachen, da kam immer jeweils auch der Equalizer 3 Trailer. Ja, der sieht schon ziemlich handfest aus hier, mal gucken, wenn es der letzte Teil sein soll, würde aber denke ich mal noch gut gehen. Ja, wenn man einen dritten braucht. Es startet eben so Doggy Style, eine schwarz-humorige Live-Action-Komödie, in der der ausgesetzte Hund Reggie alles daran setzt, seinem ehemaligen Besitzer eins auszuwischen. Das ist, glaube ich, von den Machern von Ted und da sind dann die Hunde, die sprechen halt alle oder so in Gedanken und das war schon ziemlich explizit, was da besprochen wurde. Sophia, der Tod und ich, eine deutsche Komödie von Charlie Hübner über den Tod, der bei der Erledigung eines Jobs scheitert und in der Welt der Sterblichen ein Abenteuer erlebt. Okay, dann Passages, Passages, wie auch immer, ist auf jeden Fall ein französisches Drama mit Ben Whishaw und Franz Rugowski, in dem die Ehe eines Spulenpaares in die Krise gerät, als einer der beiden eine leidenschaftliche Affäre mit einer jüngeren Frau beginnt. Okay, ja, Gefühlschaos könnte passen. Das Zen-Tagebuch, eine japanische Komödie nach autobiografischer Erzählung über die Achtsamkeit eines älteren Mannes gegenüber der Natur und dem Essen. Dann startet noch Louise, ein historisches Drama nach der Erzählung der Fuchs von D. H. Lawrence. Der Sommer, als ich fliegen lernte, kroatische Romanverfilmung über die zwölfjährige Sophia, deren vermeintlich Trögo-Urlaub mit zwei alten Damen zu einem unvergesslichen Abenteuer wird. Das war doch der, den ich getippt habe, oder? Den hast du getippt. Ja, genau, weil die lernt dann irgendwie so einen Jungen kennen und sowas. Spoiler! Da haben wir ein paar Trailer angeguckt. Okay, was haben wir denn an Kino-News? Einer hast du schon verraten? Genau, eine habe ich verraten. Das war das mit dem Spiel morgen vor der Sneak. Eine andere ist jetzt festgezurrt, mehr oder weniger. Und zwar haben wir ja das große Kino-Fest. Das 2023er Kino-Fest mit zwei Tagen, alle möglichen Filme, alle Kinos. Das ist deutschlandweites Ding. Am 9. und 10. September 2023 startet das. Die Einsatzkarten kosten alle rund um über 5 Euro. Und da präsentiert sich das Kino, in dem Fall auch die Innenstadt-Kinos von Stuttgart. Und im Rahmen dieses Kino-Fests, weil man halt alles präsentiert, wird es eine spezielle Sneak-Preview geben. Die wird dann sein am Samstag, den 9. September, um 20.30 Uhr. Aber ausnahmsweise im EM. Also mal nicht im Gloria. Wir haben auch sogar einen Tipp dafür, wenn ich den vorlesen soll, Erik. Ja, lies mal vor. Der Tipp für dieses Sneak lautet, who am I? Who am I? Who am I? Wie gesagt, es war wie eine coole Sache, das Kino-Fest ist immer wieder schön. Also es war letztes Jahr auch schon relativ schön. Dieses Jahr haben wir es mit der Sneak auch reingeschafft. Schau mal, was wird. Also ich werde auf jeden Fall da sein. Ich hoffe, der Erik vielleicht auch, wenn er Samstagabend freikriegt. Ja, wird schon irgendwie klappen. Es gibt noch weitere Veranstaltungen in den Innenstadtkinos. Es gibt ja die Reihe Weird Wednesday. Und der nächste Weird Wednesday ist am 13. September. Da läuft Oldboy. Und nachdem die mir das geschrieben haben, habe ich gefragt, die US-Version mit Thanos hier oder die Originalversion. Und es läuft die Originalversion. Im Original mit Untertiteln. Also auf Koreanisch mit Untertiteln. Und genau, am Mittwoch, den 13. September um 20.30 Uhr. Konkurriert auch nicht mit der Sneak. Passt also. Kann ich bedenkenlos empfehlen. Nicht wie diese andere Reihe, die da immer parallel zu Sneak läuft. Und ein was kann ich auch noch empfehlen. Nämlich Checker Tobi hat ja einen neuen Film. Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Und nachdem mein Sohn und ich, wir sehr begeistert waren von dem vorhergehenden Checker Tobi-Film, hat er Checker Tobi jetzt auch diesen neuen Film. Und wir sind natürlich auch voll hyped. Wir werden da auf jeden Fall reingehen. Und er hat auch zwei Kinotermine hier in der Region, wo er seinen Film vorstellt. Das ist einmal, leider zuerst in Ludwigsburg, nämlich am 14.09. ist er in Ludwigsburg im Zentral. Auch ein schönes Kino. Und das zweite Mal ist er in Stuttgart am 30.09. am 30. September im Gloria um 14.45 Uhr. Das sei mal nicht unerwähnt. Ich weiß nicht, ob wir es bis zum 30.09. aushalten können, den Film nicht zu sehen. Wir werden ihn relativ zeitnah dann schauen. Wir werden wahrscheinlich schon gleich mal in Ludwigsburg gehen. Und dann können wir schon mal berichten, ob der gut ist. Und ich denke ja, weil wer den ersten Teil nicht gesehen hat, oder was heißt ersten Teil, ist ja jetzt eigentlich kein Fortsetzungsfilm. Checker Tobi bekommt so eine Aufgabe, wie es halt in der Fernsehserie auch ist, er bekommt halt die Aufgabe, irgendwas rauszufinden. Und in dem ersten Kinofilm war es halt so, da sollte er das Geheimnis unseres Planeten rausfinden. Und war dann halt wirklich auf verschiedenen Kontinenten unterwegs. Und das waren wirklich atemberaubende Bilder, insbesondere auf der Kinoleinwand. Das wirkt im Fernsehen wahrscheinlich nicht so gut, wenn jetzt so eine Drohne in so einen Vulkan richtig reinfliegt. Und man sieht da, wie das wabert und so. Das sah natürlich im Kino wahnsinnig gut aus. Und das wird hier, ich habe schon ein paar Clips gesehen von dem neuen Film, das wird hier wieder genauso spektakulär werden. Also da saßen wirklich die Kinder und die Eltern im Saal mit offenem Mund, weil das waren einfach Aufnahmen, die hast du so noch gar nicht gesehen, mit modernster Technik gedreht und alles. Deswegen merkt euch das vor. Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Wer noch die restlichen Termine von der Kino-Tour sehen möchte, also es beginnt irgendwie in Bad Kreuznach und geht bis, was ist hier der letzte Termin? In Freiburg. Freiburg? Grüße. 14.10. dann. Also wirklich, der ist jetzt das nächste halbe Jahr dann auf Tour. Hamburg ist er auch mal hier. Also schaut dann auf Facebook bei Checker Tobi vorbei, da hat er das Ganze gepostet. Jo, dann haben wir das eigentlich hier den Newsblock abgehakt, oder? Ja. Jo. Dann gucken wir mal ins Heimkino, da gab es ja auch einiges. Heimkino. Emergency Declaration. Genau, den hat letzte Woche die Kate schon vorgestellt. Erik und ich, wir haben ihn beide jetzt nachgeholt in dieser Woche. Mit dem Zug geschaut, auf dem Weg zur Gamescom, mit dem Zug. Habe ich mir runtergeladen gehabt, bei Sky in der App. Okay, so arg sogar, alles klar. Nochmal ganz kurz der Recap. Es geht um einen Flug, um den Korean, ist nicht Korean Air, sondern um so eine erfundene Airline. Ja, koreanische Fluggesellschaft, Flug Nummer 501 auf jeden Fall, das konnte ich mir merken. Und auf den wird ein Terroranschlag verübt, einer biologischen Waffe mit einem Virus. Und es geht eben darum, ist der Virus, wie ansteckend ist der, darf das Flugzeug landen, wo darf das landen, wie sollen sie das machen. Erzählt ja noch die Geschichte von einem ehemaligen Piloten. Und halt für die Familien und, ähm, habe ich was Wichtiges vergessen? Nein, ne? Ähm, naja, es gibt ja noch die Ebene auf, in Anführungszeichen, auf der Erde. Mit den Polizisten oder mit den Ermittlern, die rausfinden wollen, wer steckt dahinter. Genau, was ist das für ein Virus, wer steckt dahinter, was kann man machen? Die haben ja dann die Informationen irgendwie zugespielt und wissen erstmal gar nicht, ob das stimmt, weil sie versuchen dann auch rauszufinden, stimmt das? Und denken, ach nee, ist alles okay. Und ja, dann kommen wir doch ein paar Ungereimtheiten auf. Das ist dann so die dritte Ebene. Genau. Ähm, ja. Und ich muss eigentlich sagen, ich fand den ganz cool, den Film. Definitiv. Also, boah, hat mich auch relativ früh schon gekriegt im Film. Also, ist ja immer so eine Sache, ne? An irgendeinem Punkt von einem Film oder Serie merkt man ja, okay, das zieht mich jetzt rein, das interessiert mich total, da will ich wissen, wie es weitergeht. Und das hat er hier schon relativ früh geschafft, weil der Bösewicht, der war auch wirklich ein ganz übler Kunde da. Also, wirklich, wie der da schon... Ja, der war alles voll gut gemacht. Das hat definitiv gut geschauspielt, auch, fand ich sogar. Ähm, nee, äh, es ist wirklich, es sind so ein paar Sachen gewesen, die einen relativ reinziehen. Ich fand's so im, im, ja, dritten Viertel des Films, da hat er mich mal kurzzeitig verloren gehabt, da fand ich's ein bisschen anstrengend und hab gedacht so, ha, äh, aber insgesamt hat er ein sehr angenehmes Tempo, er zählt das eigentlich auch relativ cool, ähm, mit all den, ähm, menschlichen Tiefen, menschlichen Ebenen, in dem Fall, wenn wir das auch schon da davon hatten. Und, pff, doch, war, war, war cool gemacht, war, 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 ich fand's ansprechend gedreht, auch dann die, die Szenen, wo das Flugzeug rumschlenkert, das ist, ich weiß, ähm, auch wie's die Leute dann mal in der Kabine an die Decke drückten, solche Sachen, fand ich cool dargestellt, war, war gut gemacht, war gut gedreht, war, war eine interessante, gute Geschichte auch in dem Fall, weil so abwegig ist der Scheiß eigentlich gar nicht, wenn man sich das überlegt. Gut, wie er die Sachen reingeschmuggelt hat, das fand ich nur ein bisschen schräg, dass das auch nicht auffällt, ähm, oder dass das, dass er da so, so hart im Nehmen ist, ähm, aber ja, insgesamt eine runde Sache. Gerade so diese Parallelen zu aktuellen Pandemien, die es da so gab, ich meine, es war ja fast so gewesen, stell dir mal vor, ähm, es ist noch keine, es gibt noch keine Fälle in Europa, ja, von irgendeinem neuen Virus jetzt, sagen wir es mal so, und jetzt kommt irgendein Flugzeug aus Asien nach Europa geflogen, wo es heißt, oh, da ist jetzt irgendein neuer Virus ausgebrochen, würde wahrscheinlich genau dasselbe passieren, dass die erst mal sagen, oh, Gottes Willen, das wollen wir auf keinen Fall jetzt hier haben, wir hatten jetzt gerade Corona, also wir wollen jetzt nicht hier, äh, irgendwas haben und würden das Flugzeug abweisen, denn das passiert ja dann auch im Film, dass die teilweise auf ihren Notflughafen nicht landen können und dürfen, teilweise von, äh, mit Waffengewalt davon abgehalten werden, zu landen. Ich glaube, das ist gar nicht so weit entfernt, ähm, ich meine, da müssen wir gar nicht, müssen wir gar nicht von irgendeinem Virusanschlag reden, sondern das würde wahrscheinlich auch sein, wenn wirklich irgendwas komisches ausbricht, da hätte, glaube ich, jedes Land oder gerade so die, die Länder, die so Kontinente sind, ich würde mal sagen Australien, die ja auch, äh, ziemlich, äh, Border-Control haben, ähm, ich glaube, die hätten da überhaupt keinen Bock drauf, da irgendein Flugzeug landen zu lassen und, ja, ich fand's auch gut, ist halt ein koreanischer, äh, Film und da finde ich's halt immer gut, die haben halt so Story-Wendungen drin, die überhaupt nicht so Hollywood-like sind, ne, die, die man schon zigtausend Mal gesehen hat, also man weiß, okay, bei einem Flugzeug passiert irgendwas, okay, dann gibt's jetzt hier das und das und da wird wahrscheinlich das und das passieren und, ja, ja, und dann am Schluss, da geht alles wieder gut aus oder so. Naja, das weißt du bei koreanischen Filmen nämlich überhaupt nicht. Naja, das weißt du da wirklich nicht. Und, oder überhaupt, äh, bei, ich sag mal so, bei Nicht-Hollywood-Filmen, sagen wir's mal so, bei Nicht-Hollywood- und nicht-europäischen, äh, Top-Produktionen weißt du das eben überhaupt nicht, ja. Und das ist nämlich hier auch der Fall, da passieren ja so ein paar Wendungen, die ich jetzt nicht spoilern möchte, wo ich dachte, okay, das hat jetzt einen ganz neuen Spin gegeben, ähm, ich hätte jetzt gedacht, das geht so und so weiter, aber nee, jetzt ist ja das und das passiert, okay, was ist denn jetzt eigentlich? Und das waren halt so lauter so Sachen, die mich dann immer mehr interessiert haben an dem Film, wo ich dann immer mehr, saß ich halt da, okay, okay, hm, interessant. Und, ähm, ja, auch so dann, dann ist natürlich auch wieder so ein bisschen dieses Asiatische, dass die dann auch, ähm, wo sich jeder als Teil des großen Ganzen versteht und dann auch quasi, das hättest du zum Beispiel jetzt in Europa, in Deutschland vor allem mit den ganzen Querpfosten da gar nicht machen können, da sagst du, okay, die, die Anzeichen zeigen, die gehen mal bitte da hinten in den Bereich, damit sie die anderen nicht auch noch anstecken oder so, da hätten die gesagt, äh, ich bin wohl, ne, ich bleib hier, bla, 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 weißt du, wie ist das hier? Ich hab für diesen Satzdienstplatz hier gebucht und bezahlt, also bleib ich hier sitzen. Ja, genau. Ähm, ja, also das hättest du nirgendwo anders auf der Welt wahrscheinlich so machen können und, ähm, aber fand ich halt auch echt, weil das auch so ungewöhnlich war und ich mochte den, sehr den Film, obwohl der sehr abgefahren ist und sehr heftig ist teilweise, was da so passiert und die Wendung, die er nimmt und die, auch die, die, der Bodycount, der, der dann da passiert. Hm, und erwischt halt auch welche, wo man denkt, okay, den siehst, den oder die siehst du am Anfang des Films und denkst dir, okay, das ist so ein bisschen so eine Art Held und so oder, oder irgendwie so, ja, der oder der Person wird auf jeden Fall nichts passieren und denkst, okay, jetzt ist der Person doch was passiert. Das ist jetzt alles etwas, hm. Ja, das fand ich aber auch wirklich ganz cool. Also es war auch, es hat halt auch vor niemandem Halt gemacht, mehr oder weniger. Hm. Also, Emergency Declaration von mir acht Punkte und eine absolute Empfehlung. Äh, von mir auch eine Empfehlung bei, ich mach 7,5 sogar, guck mal. Ja. Emergency Declaration, deutscher Zusatztitel, der Todesflug. Und ich schau grad mal, ob der noch irgendwo anders verfügbar ist. Also bei Sky und bei Wow, was ja auch zu Sky gehört, ist der momentan in der Flatrate enthalten. Bei allen anderen Streamingdiensten muss man was löhnen. Also man kann sich bei Ausleihen zum Beispiel Prime Video ab 3,98 Euro oder so, ist, glaub ich, der günstigste, den ich grad so gesehen hab, mit Ausleihen. Ja, hm. Ach nee, hier bei, was ist das, Wiki mit V. V-I-K-I, irgendein Streaming-Service, ist der in der Flatrate enthalten, im Wiki-Pass, hab ich noch nie gehört. Aber da ist er nur in der koreanischen Originalversion enthalten. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was Wiki ist, hab ich noch nie gehört. Mit V. Ich kenn doch Wiki und die starken Männer. Wiki.com. Ach, gehört mir zu Rakuten, okay. Rakuten, aber spezialisiert auf koreanische und asiatische Produktionen. Also ich seh hier grad jede Menge Serien und Filme. Da könnt ihr vielleicht mal einen Blick reinwerfen, ihr habt da so ein Fable für Korea. Ja, nur halt auch mit der Originalversion ist nur ein bisschen schwierig. Aber hier steht's zumindest sogar auf Deutsch, da hier ist zum Beispiel, das wird empfohlen in Folge 1 von der Serie My Dearest. Und da steht sogar auf Deutsch die Beschreibung da. Und da gibt's auch, genau, Untertitel Deutsch. Also sie zeigen wahrscheinlich alles im Original, aber es gibt für die meisten Sachen auch deutsche Untertitel, wenn ich's richtig sehe. Okay. Also wiki.com, mal reinschauen, vielleicht kennst du ja sogar jemand da draußen. Und ich weiß gar nicht so recht, ob ich über Heart of Stone reden will. Ja, doch schon, interessiert mich. Mit Gal Gadot. Also, ähm, das ist, ähm, ja, wie soll man es zusammenfassen? Ich versuch erst mal so ganz reinsachlich. Es ist ein Actionfilm, ein Netflix-produzierter Spionage-Actionfilm. Gal Gadot ist eine Hackerin, eine, die, sie muss sich was überlegen, wie bring ich das überhaupt noch zusammen? Ähm, zumindest ist sie da in so einer Gruppe, die hat irgendwie so einen kuriosen Namen. Die geben sich ja immer alle so Namen, so die ganzen Gruppen, so Agentengruppen, die da irgendwo arbeiten. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der, wie der hieß. Diese Gruppe hatte auch so einen irrwitzigen Namen. Egal. Auf jeden Fall, in dieser, in dieser Gruppe ist sie so die Hackerin. Aber eines Tages, äh, wo wirklich im Englischen, im Anglischen, sagt man so, the shit hits the fan. Also, da ist bei einem Einsatz geht wirklich alles schief. Da ist sie auf einmal, zeigt sie ihr wahres Gesicht. Sie ist nämlich nicht nur Hackerin, sie kann auch richtig fighten. Sie ist eigentlich eine richtige Agentin, die auch noch eine zweite Agenda hat. Und, ähm, dann, nachdem da einiges schief geht, natürlich gibt es irgend so ein McGuffin, was da verloren geht, wo sie alle hinterher sind, nämlich. Und, ähm, es gibt dieses, äh, diese, diese, diese Gruppe, in der sie da ist, diese Agentengruppe, die hat ein sogenanntes Herz, the Heart. Ähm, und das ist so eine Art künstliche Intelligenz, die, ach, das hat man auch schon in zig anderen Filmen und Serien irgendwie gesehen, da irgendwie, das gab's ja auch, glaub ich, bei Mission Impassable und sowas. Und, äh, die halt wirklich alles Mögliche überwachen kann und die denen halt hilft bei ihren Agententätigkeiten, die halt fürs Gute eingesetzt wird. Aber das wird auch geraubt von bösen Leuten, die das eben für böse Sachen einsetzen wollen, um ihnen die Welt zu kontrollieren. Und, äh, blödeste Szene wirklich, äh, oder überhaupt blödeste Rolle, Matthias Schweighöfer, der, der die ganze Zeit, der dieses Herz, äh, bedient, äh, im weitesten Sinne, er steht in einem, in einem Raum, in einem großen Raum und da sind halt überall in der Luft irgendwelche Bildschirme abgebildet oder so, so, halt so, so, so wie, äh, Augmented Reality, aber halt ohne, dass er eine Brille aufhat, so Sachen, weißt du, wo er dann so, wie damals bei Minority Report, wo dann, ähm, Tom Cruise vor zig Jahren das schon so hin und her geschoben hat. Genauso macht er es auch so, ja, wartet, ich finde das raus, ja, schiebt da irgendwas hin und, ja, die sind da und da und hier ist die Kamera und das Bild und bla, bla, bla. Wirklich, er steht in einem, in einem leeren Raum, schiebt die ganze Zeit nur Sachen, redet bedeutungsschwangere Dinge und soll so eine Art Comic Relief sein, aber es geht irgendwie ein bisschen nach hinten los, gefühlt. Und so wie so viel ist in diesem Film, geht auch dieses nach hinten los, ähm, denn der ganze Film ist extrem generisch, ähm, wirklich, ich meine, Netflix hat nun wirklich jede Menge Daten gesammelt über Filme, die funktionieren, über Serien, die funktionieren, sehen ja genau, was kommt an beim Publikum, was wird wie oft gesehen. Es ist ja nicht wie früher, dass man sagt, so Einschaltquoten und wie werden Einschaltquoten gemessen, indem eben ein Bruchteil der ganzen Zuschauer so eine Box hat, die dann eben zurückmeldet, wer hat was geguckt und so, ähm, aber hier bei Netflix ist halt wirklich so, die sehen es halt wirklich pro Account. Wer hat was geschaut, genau, wer hat was bis wann geschaut, was war so der, der Abbruchmoment, äh, wo ist jemand ausgestiegen, wo ist jemand zu langweilig geworden, eine Serie oder irgendwas. Und aus diesen ganzen Daten, da füttern die natürlich ihre eigene künstliche Intelligenz, um dann Drehbücher generieren zu lassen, die vielleicht die Leute die ganze Zeit bei der Stange halten und begeistern und, ähm, man hat's ja gesehen, dieses Heart of Stone war Platz 1 in den Netflix-Kinocharts für eine lange Zeit, darauf, deswegen bin ich auch darauf aufmerksam geworden. Und ich hab's ja auch bis zu Ende geschaut, ja, also, ähm, ich hab aber dann hinterher, man kann ja dann auswählen, hier hab ich den Daumen nach unten gegeben, ähm, wird aber wahrscheinlich für, für die keine Rolle spielen, weil ich hab's ganz geschaut, ja, ich, ähm, ich weiß nicht, wie das an sich funktioniert, das heißt, sie haben zumindest mal gesehen, äh, ich hab's ganz durchgeschaut und wahrscheinlich wird das auch eine Relevanz haben für weitere Produktionen, es war sowas von generisch, es war halt wirklich diese ganz typische Geschichte, falls jetzt jemand Heart of Stone wirklich noch schauen will, da muss man jetzt mal ein bisschen weghören, ähm, es ist halt, irgendjemand hat was, das geht verloren, die anderen haben's, dann wird die ganze Zeit versucht, das zu, äh, zu bekommen, dann geht ein paar Schlafschiff, und natürlich, wie bei allen solchen generischen Netflix-Produktionen, ist dann jemand aus dem eigenen Team, entpuppt sich dann plötzlich, als, äh, dass er die ganze Zeit für die Gegenseite gearbeitet hat und so, das ist immer bei diesen generischen Netflix-Produktionen, das ist immer das gleiche Strickmuster und das kotzt mich ehrlich gesagt langsam an, deswegen, da guck ich lieber einen koreanischen Film wie Emergency Declaration, der mich einfach mal umhaut, weil der richtig gut gespielt ist, gedreht ist, äh, überraschende Wendungen hat und nicht nach diesem generischen Strickmuster folgt und, äh, aber diese Netflix-Filmproduktion, die kann man sich echt nicht mehr antun, wenn ich überlege, diese, wie hieß das, Seven Underground und ach, was hat man noch alles, waren alles so immer das Gleiche, irgendwas geht verloren, muss wieder beschafft werden, riesen Verfolgungsjagden rund um die Welt, schöne Orte, schöne, gute Darsteller teilweise auch, ähm, dafür bekommen, aber dann immer der gleiche Quatsch und, äh, immer nach demselben Strickmuster und alles so extrem politisch korrekt, ja, niemanden anpissen, ja, man nimmt jetzt nicht als, als Bösewicht mal irgendjemand, der gerade wirklich auf der Welt der Bösewicht ist, sondern irgendwas völlig anderes oder, äh, was, was nicht existent ist oder man erfindet halt irgendwas und, nee, nee, also gerade so diese, ja, diese, diese Top-Produktionen von, von Netflix, insbesondere Netflix, ist mir da negativ aufgefallen, ähm, die halt wirklich dann einen Film für die ganze Welt machen, ja, wo sie halt wirklich versuchen, wirklich niemanden auf der Welt ans Bein zu pissen mit irgendwas, mit irgendwelcher kultureller Aneignung oder mit irgendwelcher, dass sie irgendeine Nation nehmen, in denen Netflix auch vertreten ist vielleicht, ja, die dann sagen, oh, nee, das wollen wir mal so nicht sehen oder so, sondern wirklich so ein ganz generisches, glatt gebügeltes Ding und genau das ist Heart of Stone und das tut mir eigentlich für Gal Gadot leid, weil das ist, das hat sie nicht verdient, da in so einem Ding mitzuspielen, ja. Wobei, ich hab da eine Frage, hab ich da. Ja, stell deine Frage. So wie du es jetzt erzählt hast und berichtet hast, ist das die Antwort von Netflix auf, äh, Ghosted, der ja auf Apple TV lief mit Ana de Armas? Könnte sein, das war ja auch so ein generisches Ding. Ja, so ein bisschen halt, ja, aber, aber halt Ana de Armas, ich mein. Ja, vielleicht ist das so ein Ding, da man nennt so eine. Dann hast du da halt Gal Gadot, also, weil so, ich hab jetzt mir mal nebenher den Trailer so laufen lassen und, also, ja, da kommt schon sehr viel auf Matthias Schweighöfer, das. Siehst du ihn in diesem Raum da mit deinem Bildschirm? Ja, hab ich gesehen, ja. Ist das da drin? Okay. Ähm, ja, ansonsten, du hast halt, du kannst eigentlich damit, du kannst eigentlich ein Bingo machen, ja, wo du einträckst, was weiß ich, Motorrad-Szenen, Hubschrauber-Szenen, jemand springt von ganz oben irgendwo runter, ähm, es wird gehackt und bei, bei dem Hacken, jedes Mal, wenn eine Zeile erscheint, kommt so ein leichtes Piepsen, so, ditititititit, weißt du, dann, äh, mindestens drei, äh, mindestens drei Hauptstädte der Welt, ja, also, du kannst wirklich so ganz generisch diese Dinge, kannst du dann abhaken, so ein Bingo, äh, und, äh. Ja, Gal Gadot im Abendkleid, Gal Gadot, ähm, im Körperbetonten, was weiß ich was. Dann hast du meistens auch irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Szenen, die in, in, in verschiedenen Klimazonen spielen, ja, du willst, die wollen halt wirklich mit diesen Dingern immer gefühlt alle Zuschauer von der ganzen Welt abholen, dass ich irgendjemand sage, oh, cool, das ist eine Szene im Eis, ja, geil, ah, ah, das ist eine Szene in der Wüste, super, ah, oder ein Regenwald, alles klar, ah, äh, nee, also nicht, nicht empfehlen, sondern ich sehe gerade hier in der Top-10-Streaming-World von, von gestern, war Heart of Stone weltweit, immer noch auf Platz zwei, weltweit. Okay. So, Platz eins ist The Monkey King, ein Animationsfilm, wenn ich es richtig sehe, ja, ähm, Platz drei ist übrigens You are so not invited to my Bat Mitzvah. Okay. Platz vier Street Kings, ähm, mal gucken, wie es in Deutschland aussieht, wenn ich es einmal offen hab, German, äh, Germany, Germany, da ist Germany. Ja, Germany, Heart of Stone, Platz eins, Monkey King, Platz zwei. Germany. Ja. Okay, also von mir, hm, ich schwärze es mal noch ein bisschen ab, das hat in der Rückbetrachtung noch mehr verloren, 5,5 von 10. Oh, okay. Gucken wir mal lieber in die neue Serie rein, Ahsoka. Serien. Ahsoka Tano hat ihre eigene Serie endlich bekommen. Wir wissen es ja schon eine ganze Weile, ich fange jetzt einfach an, Erik. Fang mal an. Das ist voll okay. Fangen wir an. Äh, ahsoka Tano, man kennt sie aus, äh, verschiedenen, ähm, Auftritten, hauptsächlich allerdings in animierten Serien, ähm, wie zum Beispiel Star Wars Rebels oder, äh, in Star Wars The Clone Wars. Und dann halt auch bei, bei der Mandalorian taucht sie ja auch auf, ähm, und sie hat eigentlich schon einen größeren Einfluss auf diese ganze Star Wars Sache und diese ganzen Geschichten, als man eigentlich zuerst denkt und das einem eigentlich auch klar ist. Und jetzt eben wird die Geschichte von Ahsoka weitererzählt, der, wo sie auch in den Haupt-Mittelgrund oder in die Mitte der, der, der Geschichte eigentlich rücken sollte. Ähm, ähm, ob das so ist, lassen wir mal kurz dahingestellt, weil, ja, ähm, es ist dann doch sehr, 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 sehr viele Sachen mit, äh, Star Wars Rebels gemeinsam hat. Das ist die Animationsserie, die, ähm, ich sag's mal so, die ich da, als wir die Folgen geguckt haben, ähm, die ich dann zu Kate gesagt hab, ich so, hey, das verstehst du alles gar nicht, wenn du, oder manches verstehst du nicht wirklich, wenn du die, die Rebels-Serie nicht guckst oder gesehen hast. Und sie hat jetzt angefangen mit der Rebels-Serie und ist mit der ersten Staffel schon durch. Nur mal so, also, ähm, es ist, das ist, ja, es ist, ich find's ein super spannendes Ding, wir sehen, ähm, Ahsoka, die quasi den, die alten Verbindungen aufleben lassen muss, äh, um, also Rosario Dawson als, als Ahsoka, muss man vielleicht auch noch sagen, die eben versucht dann ihren, ihren Kumpel oder ihren Freund Ezra, der, ich weiß nicht, ob's dir was sagt, der Name Ezra, nein? Wie bitte? Ezra Bridger sagt dir wahrscheinlich gar nichts. Ezra Bridger, nee, nicht so richtig. Ja, wird dir aber noch bald was sagen, dann, also, das ist einer der Hauptcharaktere von, von Star Wars Rebels, ähm, weil der ist ins Exil, damals geflogen bei den, bei den Rebels, zusammen mit, ähm, dem General Thrawn, der ein, ein unglaubliches Mastermind eigentlich auch ist, und so der Hauptgegner ist, und die wollen halt quasi Ezra da wieder zurückholen, ähm, und was die, also die, das heißt, Ahsoka Tano, Sabine Wren, eine machtempfängliche Mandalorianerin, die, wenn man das alles so, so einigermaßen richtig weiß und kennt, und, ähm, so, 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 sich die Serien anguckt, und das, das sich auch in dem Star Wars Universum so bewegt, man sehr schnell feststellt, dass Sabine Wren von der Stellung her über Bo-Katan steht, und Bo-Katan haben wir ja gelernt, ist ja jetzt gerade die Anführerin der Mandalorianer, sehr, sehr spannend, dann haben wir Hera Syndulla, die spielt Mary Elizabeth Winstead, die kennt man auch. Das ist immer wieder warscht, dass bei diesem doch, äh, bei diesen relativ anarchischen Rebellen, dass da doch eine ziemliche militärische Struktur dahinter ist, ne? Brutal, ne? Ja, das ist eigentlich eher so, naja, schon faschistoid, die Struktur mit dem Ganzen, aber halt, äh, für eine gute Sache, also, aber ist trotzdem sehr verwirrend, äh, das... Ja, 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 kann schon verwirrend sein. Jedenfalls, also, die machen sich halt auf die Suche mit einer Hilfe einer, einer Karte, die sie dann doch noch gefunden haben, wo es eigentlich heißt, okay, da müsste Ezra sein. Problem ist nur, es gibt halt auch noch die Gegenseite, und da spielt, äh, Ray Stevenson, einen, äh, ehemaligen Jedi mit Bylan Skull, der eine Schülerin bei sich hat, und wir wissen, ähm, wie das ja ist mit, mit den Sith Lords, dass, äh, es immer einen gibt, und einen, eine Schülerin, also, sie kommen nie alleine, und, ja, die machen sich eben auf der Suche, auch auf die Suche nach der Karte, und zwar, um, um, den Thrawn zurückzuholen. Deswegen, es ist alles, alles sehr, sehr, ja, klar, in welche Richtung es mehr oder weniger geht, ähm, und es hat ein unglaubliches, traditionelles Star-Boss-Feeling bei mir ausgelöst, zu Beginn schon. Ah ja, mit den Schriften, auf jeden Fall. Ja, mit den Schriften, das war nicht eins zu eins, aber war schon cool. Sind zwar nicht in den Bildschirm rein, aber trotzdem irgendwie, aber das war, das war schon sehr, sehr cool gemacht, das zeigt ja auch so ein bisschen die Richtung, in die es einfach auch gehen sollte, oder gehen wird. Ähm, es gibt Laserschwertkämpfe, es gibt, äh, Druiden, es gibt ganz viele, gerade für, für die Leute, die Rebels geschaut haben, äh, gibt's ganz arg viel Service schon. Äh, ich warte ja noch drauf, dass es den, den Auftritt von, von Vader gibt, oder halt, also nicht von Vader, sondern einfach nur ein Flashback zu Anakin oder sowas, weil, Ashoka Tano ist ja die ehemalige Schülerin von Anakin Skywalker. Das wird ja auch mal erwähnt. Ja, aber die Ausbildung wurde nie abgeschlossen, weil sie hat vorher den Jedi-Orden verlassen. Aus Gründen. Dazu sollte man, empfehle ich, äh, Clone Wars gucken. Wenn man da Fragen zu hat. War das nicht irgendwo anders mit dabei? Irgendwo anders war das da auch, wo sie auf Luke Skywalker, äh, wo sie so eine Szene hat, was, war das in irgendeiner Serie, oder war das im Film, weiß gar nicht. Das war nicht im Film. In Filmen war sie nicht dabei. Wenn, dann war es in der Serie. Irgendeiner Serie. Irgendwo hatte ich das, irgendwie wo sie auf Luke Skywalker trifft, irgendwie hatte ich das in Erinnerung. Naja. Genau. Also, ähm, ja. Mich hat's voll abgeholt. Also, ich hab, ich hab richtig Bock auf mehr, weil es mich echt abgeholt hat. Ich find den Cast unglaublich gut. Oh, ja. Der Cast. Also, sorry. Nein, also, ganz ehrlich. Der Cast ist... Also, wie gut, äh, gecastet. Wahnsinn. Wirklich. Wirklich der Hammer. Rosaria Dawson, brauchen wir nicht drüber reden. Sie, sie ist Ahsoka. Fertig. Äh, Natascha-Louis-Bordizzo als Sabine Wren finde ich mega, äh, richtig gut getroffen. auch Hera mit Mary Elizabeth Winstead finde ich super getroffen. Ähm, passt. Im Original wird ja... David Tennant. Ja, David Tennant spricht ja den Roboter, den Hu Young, den man auch, wenn man die Serien, die, die Animationsserien kennt, ähm, auch kennt, weil das ist derjenige, der die, äh, der die, die Laserschwärter zusammenbaut und das verwaltet hat. Also... Ray Stevenson als Bailen Skull, also das fand ich auch so gut gecastet, den... Jaaa. Ich kannte, ich kannte den so von Bildern von, von den animierten Serien und so. Ah, ich fand ihn richtig gut, er hat voll gepasst da. Brutal, einfach wirklich brutal gut gemacht, dass das, ah, und das macht einfach nur das in Verbindung, damit, dass es halt wirklich, ähm, eine fortlaufende Geschichte ist, dass es nicht irgendwie, äh, einzelne Episoden sind, sondern wirklich eine, eine fortlaufende Geschichte mal wieder, äh, das, das ist super stimmig bisher. Also, ich, ich find's unglaublich gut. Hm. Also die, man sollte auch die ersten zwei Folgen zusammenschauen, weil, das wirkt zusammen wie ein Film. Ich war nämlich mit dem Ende der ersten Folge überhaupt nicht einverstanden. Ich hab echt die Krise gekriegt und ich war echt froh, dass die zweite Folge gleich kam, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht weitergeschaut. Also die ersten zwei Folgen wirken zusammen wie ein Film. Ähm, und deswegen, ich hab's, ich war ja auf der Gamescom und genau da, wann war der Launch? Das war doch irgendwie genau mitten da, wo wir, ja, genau, da war der Launch. Also wie, wie scheiße, kann man das teilen, bitte? Also könnt ihr da mal bitte, also solche Veröffentlichungstermine von solchen Sachen, äh, ich hab dann halt auf der, auf der Messe und wenn man dann am Stand ist bei, bei Ahsoka, weißt du, manche haben's dann vielleicht schon gesehen und manche nicht und, ach, das war blöd. Und, ja, ich hab's mir dann halt, äh, im Hotel, WLAN, mal aufs iPad geladen und hab's dann auf der Heimfahrt geschaut. Auf dem iPad halt leider nur und es hat mir aber so gut gefallen, dass ich es zu Hause nochmal auf den Großen geschaut hab, weil das war wirklich verdammt gut. Also es hat sowas von gut gepasst und, äh, gutes Casting. Ich mochte auch insgesamt die, die Pace von der, von der ganzen Erzählung. Das war halt jetzt, ist nicht so langsam wie Mandalorian, wobei das jetzt nicht schlecht sein soll, was ich sag. Also Mandalorian mag ich sehr. Ich mag sehr Mandalorian, dieses Westernartige und das teilweise, ah, Clint Eastwood-artige, wenn man erst mal da steht und den Gegner erst mal durch die zusammengekniffenen Augen anschaut, was natürlich bei Mandalorian nicht geht, wegen der Maske und so. Ähm, aber ihr wisst, was ich mein, so diese, diese Ruhe, die da drin ist, so diese Besonnenheit, ist halt hier nicht, sondern es ist halt wirklich mehr actionartig. Es wirkte manchmal auch so ein bisschen, ähm, fast so ein bisschen wie asiatische Animes von, von den Szenen, von der, von der Darstellung der Szenen. Wird aber wahrscheinlich ja auch ein bisschen mit der animierten Serie zu tun haben, die da ähnlich war, die ich nicht komplett geschaut habe, weil es mich nicht so gerissen hat. Aber hier, hier war ich irgendwie gefühlt sofort drin. Also das war Wahnsinn. So die ersten Szenen allein schon und die, die Kämpfe und die Darstellung der Figuren und wie gut das gespielt ist, der Zusammenspiel, Musik und Szene, das Szenenbild, ach, das war einfach alles nah dran, an der Perfektion. Also ich hoffe, dass es, ich hätte, ich würde davon auch sehr gerne einen Kinofilm sehen. Ja, es mündet ja wohl in einem Kinofilm das alles. wunderbar, alles gut. Also das, was ich gelesen habe, schon mündet das alles in einem Kinofilm mit, aber wohl auch mit dem Mandalorianer, also mit, mit Din Djarin dann sogar. Umso besser, denn wenn sie da zwei Sachen zusammenführen. Jaja, da bin ich echt gespannt, ob das wirklich so kommt und, was halt auch, ich habe schon auch Vergleiche gesehen, wo mir dann auch echt aufgefallen sind, von der animierten Serie von Clone Wars, von Rebels, wie da so typische Eigenschaften von Ahsoka, Hammer, wie Rosario Dawson das übernommen hat und wie das auch dargestellt ist und gedreht ist. Also ich habe echt das Gefühl, die hat sich komplett mit der Rolle, also so richtig, richtig auseinandergesetzt und es auch richtig, ja, so, 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 ja, komplett reinversetzt, ja, das ist komplett angenommen und, ähm, man merkt auch ein Stück weit den Einfluss von George Lucas wieder. Hm, auch die, äh, ihre, was war das, ehemalige, oder ihre ehemalige Schülerin, die Sabine Wren, fand ich auch so gut gespielt, wo die dann auftaucht, ich war echt traurig dann irgendwie an einem bestimmten Punkt, ich will mal nicht sagen, warum, aber das hat sich ja dann zum Glück noch, ähm, geändert und deswegen, Ja, das haben sie nicht machen können. Ja, ich, ich kenne ja, also vielleicht für die geschätzten ZuhörerInnen, ähm, ich kenne null von den animierten Serien, nichts und der Chris hat alles gesehen, gefühlt, glaube ich. Also von daher, äh, gehört jetzt quasi aus zwei verschiedenen Blickrichtungen, ähm, ich der gar nichts, ich hab's versucht, vielleicht hab ich doch ein, zwei Staffeln geguckt, aber, ähm, ähm, ich bin da nicht mit warm geworden und ich hab's dann sein gelassen. Wäre ich auch immer dafür kritisiert vom Chris, ja, das weiß ich doch nicht, weil das war dann der Serie in der Folge sowieso, ist ja richtig, ähm, nee, aber, ähm, genau, ich wusste halt gar nicht, was mit der passiert, ob die jetzt so eine, so eine kleine Nebenfigur ist, die dann jetzt wirklich dann weg ist oder so und, äh, aber nee, weil ich mochte die halt von Anfang an, von der Art her, wie sie, wie sie dargestellt, wie sie, ah, die, die, wie die Figuren eingeführt werden, das ist auch immer so ein bisschen, darauf achten eigentlich so ein bisschen die wenigsten, in Anführungszeichen, normalen Zuschauer, die jetzt irgendwas im Fernsehen oder im Kino schauen, ich gucke immer, wenn eine neue Figur, äh, auftritt, die irgendwie eine Relevanz erlangt, wie wird die eingeführt, ja, was, wie wird es gemacht, also gab es ja auch diverse Beispiele, dann, ähm, was sie sich bei das Erwachen da macht, wo wir dann zum ersten Mal Harrison Ford sehen und sowas, ähm, ja, wie, wie wird das begleitet, wie ist das musikalisch, wie, wie ist die Szene aufgebaut, damit das irgendwie so einen Impact hat, damit die Zuschauer sagen, wow, ah, geil, und hier war es halt wirklich so, bei den Figuren, die ich noch nicht mal kannte, weil ich die Serie nicht geschaut habe, wo ich dachte, oh, richtig gut eingeführt und so, und, also, echt top, eine Serie, äh, Top-Serie, wirklich, und hat auch schon auf einem kleinen iPad, äh, wo dann, ja, das ist doch, ja, ist groß, aber jetzt nicht so groß wie ein großer Bildschirm, hat schon sehr gut funktioniert, mhm, und, ähm, ich habe mich nur ein bisschen gewundert, da wirklich auf der Gamescom, der Stand war, wirklich nur diese Fotoboof, ja, nicht, nicht ein bisschen mehr, wo sie gesagt hätten, okay, wir machen da irgendwas mit, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen halt, hatten schon einen großen Boof, da gebucht, ja, wobei, mich tatsächlich, äh, noch interessieren würde, als, als gerade Sabine Wren eingeführt wurde, ähm, wie, wie, wie es dir da ging, ob du ja auch so gedacht hast, so, okay, was ist das für eine, oh, ganz witzig, oder, oder wie ging es dir da, weil, ich sag's, ich sag's dir aus meiner Perspektive, für mich war, typical Sabine Wren, ähm, Ja gut, kann man ja, kann man ja vielleicht erwähnen, also es ist irgendwie so eine Art Feierlichkeit geplant, ähm, und, da, da soll sie geehrt werden, sie ist aber nicht da, ähm, wobei ich mich frage, hey, wenn die da alle auf die Bühne gehen, haben die nicht mal gecheckt, ob sie noch da ist, oder so, also ich mein, wenn, wenn ich da auf eine Bühne gehe und will irgendwie eine Person ehren, dann gucke ich doch, dass sie gleich mit dabei ist und mir fällt dann nicht am Ende meine Rede auf, ach, Moment mal, die ist ja gar nicht da, die wichtigste Person des Abends, aber gut, okay, ähm, ja, und dann fährt sie mit ihrem Motorrad, was so ein bisschen auch so Akira-mäßig fast aussah, fährt sie dann so davon, wobei ich mich immer gefragt habe, das ist eine menschenleere, leere Autobahn, da ist nichts, hätten sie wenigstens mal noch ein bisschen Gegenverkehr oder so vielleicht machen können auf der anderen Spur oder so, aber gut, ähm, und dann wird sie da von den, von den Dingern da gejagt und wo sie dann, äh, die Haarfarbe fand ich extrem cool, aber die schneidet sich ja da noch ab, ja, aber ist trotzdem immer noch cool, ja, ne, sehr schön und dann haben sie auch wieder ein bisschen was drin, äh, was dann so für Merchandise, äh, irgendwelche plüschigen Tiere und irgendwelche, irgendwelche, die, 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 die Katze, die Katze, irgendwelche, die, 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 die spüren einfach die Macht, die sind empfänglich dafür, die sind empfänglich dafür, die, die sind empfänglich dafür, so eine Art Wachtkratze, die dann, wenn jemand kommt, der die Macht hat, ja, dann ist halt so, hm, irgendwas ist da nicht, also geht, geht in so und so die Richtung und was halt auch unfassbar cool war, ähm, weil sie haben wirklich einige Szenen aus Rebels genommen, muss ich, kann ich, kann ich nicht anders sagen, äh, dieses Wallpaper, wo, ähm, Sabine Wren am Ende, der vorsteht, dieses Wandgemälde, hm, am Ende der, der zweiten Folge, ja, das sieht ja auch schon sehr, ja, aber das ist quasi eins zu eins, das aus der Serie, ja, okay, und das ist einfach nur gut, oh mein Gott, ich hab das so gefeiert, das ist einfach nur gut, sehr schön, also echt eine tolle, tolle Serie auf Disney Plus, ein toller Start auf jeden Fall, wie es weitergeht, keine Ahnung, aber ein toller Start auf jeden Fall, wir werden, glaube ich, da immer noch mal ein Update geben, an einer gewissen Zeit auch diese, ja, diese Lichtschwerder und alles, und so, hier läuft gerade so ein bisschen bei IMDb der Trailer hier, ähm, echt gut, Raumschiffe, cool, und die Darsteller, die, die Personen, richtig cool, diese komische Hexe da, und so, ja, echt cool, ähm, Empfehlung, Disney Plus, anschauen, Ahsoka, und, ja, wir sind schon sehr weit fortgeschritten, ich werde mich mal kurz fassen, ich war ja auf TheGames.com, ähm, Fachbesuchertag, diesmal, äh, wieder, und es war schon irgendwie ein bisschen weird, diesmal, ähm, weil es war ja das erste Jahr nach dem Restart nach Corona, schwierig zu formulieren jetzt gerade, also letztes Jahr war ja der, der nach Corona, die nach Corona Gamescom, die war ja schon etwas, die war etwas verhalten, weil da manche sich noch nicht getraut haben, wieder auf die Messe zu gehen, auch Aussteller, wo halt viel leer war, leer geblieben ist, äh, diesmal war wieder volle Kapelle da, also wirklich fast alles da, außer ein paar, die eigentlich gefühlt immer da waren, nämlich EA war nicht da, wo ich dachte, die stellen mal ihr neues, äh, EA Sports FC vor, was ja jetzt dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr FIFA ist, sondern EA Sports FC, ich dachte, da wollen sie mal ein bisschen den Namen unters Volk bringen, haben sie nicht für nötig gehalten, die gehen wahrscheinlich davon aus, das klappt schon irgendwie, ähm, dann war auch Sony nicht vertreten, wo Sony eigentlich gefühlt immer da war, also, die hatten auch teilweise damals auf der Games Convention noch in Leipzig, da hatten die das eine Mal eine ganze Halle gemietet, eine komplette Halle, haben da solche wie so Vorhänge aufgehängt, so dünne Streifen, so vielleicht einen Meter breit und von oben in der Halle bis unten zum Fußboden und, äh, die waren so leicht versetzt und da musstest du quasi durch diese Spender wie durch so einen Wald gehen und in der Mitte der, der Halle waren dann solche Tische, da konntest du die PSP testen damals und, äh, total crazy, diesmal waren sie auch wieder nicht vertreten, aber es waren jede Menge andere, da hat Netflix einen riesen Stand gehabt, auf dem eigentlich nichts war, es war, äh, es war nur Fotogelegenheit, es war der Witcher, da war natürlich auch der, da hatten sie einen, einen Cosplayer da, ähm, da hatten sie auch diese, äh, irgendwelche Figuren aus der Witcher, ich hab jetzt die Witcher, hab ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung, wie die alle hießen und dann hatten sie noch, ähm, Geralt. Nee, nee, Geralt ist ja der Witcher, aber da hatten sie solche, solche gruseligen Figuren noch mit da, ähm, dann hier dieses Stranger Things, hatten sie einen riesen Fotobooth, ähm, mit der Pizza, mit dem Pizzaladen, so ein 80er-Jahres-Stil und mit so, mit dem Van, äh, dann hatten sie Wednesday-Fotogelegenheit, aber irgendwie, ja, riesen Ding und noch Disney Plus mit dem Ahsoka, das war irgendwie so ein Ding dieses Jahr, also, dass diese ganzen Streaming-Services da waren, mit Ständen, auf denen eigentlich nichts war, wo du eigentlich nur Fotos machen konntest, ja, das war irgendwie ganz weird, aber ansonsten Nintendo wieder einen Riesenstand gehabt und, ja, es war insgesamt natürlich auch viel größer als, als letztes Jahr auch und, äh, von den Besucherzahlen wieder auch vor Corona-Niveau, was ich so gehört hab, es waren eigentlich so alle da, die man so kannte, für mich persönlich war jetzt dieses Jahr keine richtige Spieleentdeckung dabei, wo ich gesagt hätte, boah, das haut mich jetzt total um, was ja irgendwie letztes Jahr war das ja dieses Ixion, was auch den Gamescom-Spiel-Award gewonnen hat des Jahres, äh, Gamescom-Award, äh, was ich ja dann auch gespielt hab ohne Ende. Ich hab diesmal im Business-Bereich, ähm, hab ich mich ein bisschen aufgehalten oder mehr aufgehalten als letztes Jahr, hab ein paar coole Gespräche gehabt mit, ähm, mit verschiedenen Firmen, das war ganz nice. Ähm, eigentlich draußen, ich weiß nicht, ich wollte Forza Motorsport spielen, ich bin totaler Forza-Fan von, von der Motorsport-Reihe hauptsächlich, mit diesen, mit diesen Fun-Raisern kann ich nicht so viel anfangen, hab ich natürlich auch, die Horizon und so, ähm, aber ich wollte das neue Motorsport, das spiel ich ja immer noch, das alte, und, aber konntest du nicht spielen, gab's nur einen Film, genauso wie Starfield, gab's nur einen Film. Ey, Starfield erscheint am 1.9., ihr geht auf die Gamescom, ja, die weltgrößte Spielemesse, warum macht ihr nicht da so ein bisschen was, dass man wenigstens mal so eine Demo-Mission spielen kann oder so. Aber gut, die haben's dann begründet, ja, das ist halt auch komplett online und das Erlebnis ist eigentlich nur online, du kannst jetzt eigentlich nicht so eine Offline-Mission, das macht dann halt keinen Sinn und so, okay. Naja, aber wenigstens gab's den Fallout-Fernsehserien-Trailer zu sehen, man durfte in diesem Kino, ähm, also da war die Starfield-Präsentation und dann gab's die, ähm, die Präsentation von dem Fallout-Fernseh-Teaser war's eigentlich nur, ähm, man durfte natürlich da nicht filmen, aber es gibt im Internet schon jemand, der das abgefilmt hat, ähm, ja, hatte ich auch mal in der Gruppe geteilt, genau, durftest du ja auch gesehen haben, ähm, ist ja nicht meins, also kann ich nichts dafür, wenn das da ist. Wird wahrscheinlich sowieso jetzt in ein, zwei Tagen ganz regulär im Internet landen, ja, das ist auf jeden Fall geil, das muss ich unbedingt sehen, das wirkt richtig gut, die Fallout-Serie, aber... Ich hab's so Angst, dass sie's so verkacken hält. Nö, das wird gut, ich glaub, das wird gut. Es sind gute Leute dabei, die das machen, da hab ich vollstes Vertrauen. Ja, aber wenn's zu verkopft wird wieder und wenn du's dann von den Fallout-Dingsen nicht einfangen kannst, dann... Ja, ich bin da guter Dinge, glaub ich, also es... Ich bin guter Dinge, ja. Ansonsten, also wie gesagt, für mich, gefühlt sind durch diesen ganzen Boom von irgendwelchen Diablos und Baldur's Gate und, äh, wie die alle heißen, äh, wie ist letztes Jahr das, ähm, dieses große... Das sind halt sehr viele solche Spiele, die in dieser Art sind, dieses Fantasy mit, äh, Roguelike oder Souls-like und diese Sachen, das ist halt nicht mein Ding. Da waren halt einige dabei und für andere Spiele, das waren halt auch nicht so meins. Da war jetzt nicht so das Ding dabei, wo ich gedacht hätte, yeah, ähm, man konnte im Business-Bereich ein bisschen was sehen, wo ich gesagt hab, yeah, da darf ich auch nicht drüber reden, äh, ähm, es hat was mit Nintendo zu tun, mehr sag ich dazu nicht. Und da noch zwei, oder? Da, ich sag ich jetzt gar nichts, ähm, ähm, aber da gab's auch nichts, nichts zu sehen an sich, aber man hatte was erfahren, mehr sag ich jetzt nicht. Und, ähm, das, das hat mich ganz angetan, aber ansonsten, ja, aber es war viel los, viele Cosplay. Ich hab viele, viele bekannte Freunde getroffen, auch, äh, schöne Grüße, auch an die Sarah und an den Orbi und an, was weiß ich, die, die auch in unserer Truppe mit dabei waren, den Mike, Susi und so weiter. Der Ad Paradise von, von Twitter hab ich zum ersten Mal live gesehen. Der Pascal, äh, hat ja letztes Mal nicht geklappt, dass wir uns getroffen haben. Der hatte zwar auch, äh, Ticket, hat man auch mit besorgt gehabt, ähm, genau, dann der Daniel, der Florian von den Leinwandperlen war auch mit am Start und, ja, ansonsten auch ein paar alte Bekannte noch getroffen. Äh, ich hab ja in den 90ern Mal in dem Games-Bereich gearbeitet und hab ich auch so tatsächlich so ein paar alte Weggefährten da getroffen. Ja, war ein schönes Ding. Ich freu mich auf nächstes Jahr. Das Hotel war auch ganz cool. Das Einzige, was uncool war, ich konnte jetzt nicht für nächstes Jahr gleich reservieren. Das ist bäh. Deswegen, ich hab ein Video gemacht über das Hotel, ähm, weil das hat mir echt gut gefallen und die hatten sogar ein Shuttle-Service bis zur Messe, was einen früh echt entspannt, ähm, ja, auf die Messe gebracht hat, weil sonst muss man immer in die Bahn und da rüber und so. Ähm, der Shuttle-Service war cool, aber ich konnte nicht für nächstes Jahr reservieren. Das ist bäh. Vielleicht melden sie sich ja noch. Mal gucken. Ich hab ja schon Kontakt mit der Reservierungs-, mit den Leuten, die für die Reservierung verantwortlich sind, ähm, die haben gesagt, nö, wir müssen erst mal gucken, was wir nächstes Jahr so verlangen können für das Zimmer, weil das scheint jetzt wieder richtig gut anzulaufen. Das fand ich jetzt nicht so nice, ähm, aber, naja, vielleicht wird's doch wieder ein ganz anderes Hotel mittlerweile. Na doch, ich war, wir waren schon mehrmals im gleichen Hotel auch, ähm, aber das wäre schön gewesen. Das 25 Hours, äh, The Circle ist gut gelegen und lecker abends gegessen auch in der Nähe und, ja, ja. Mal gucken, vielleicht kriegst du nächstes Jahr auch wieder am Start, ähm, die... So ist es zu planen auf jeden Fall. Ja, aber es kann sich ja immer noch irgendwas ändern, man weiß ja nicht. Vielleicht klappt's ja auch bei mir mal nicht, ähm, aber das wäre, wer weiß, man weiß nicht. Aber ich hab schon eine Indikation bekommen hier zu Hause, ähm, die Tabitha möchte wohl, also meine Tochter, die möchte wohl eher mit ihrem Freund dann mal auf die Gamescom, vielleicht zu einem ganz normalen Tag einfach mal irgendwie hin, hinjetten oder dann wird's wohl bei mir der Kleine werden, der da, äh, mal mit darf. Der ist dann zwölf, ähm, ist also schon wesentlich älter, als die Tabitha damals war, als sie zum ersten Mal mit auf der Gamescom war. Und das wird dann für ihn das erste Mal sein, weil mit ihm hab ich auch die, die Rocket Beans, äh, Streams geschaut, die ja live gestreamt haben von der Gamescom, ähm, Beanscom haben sie es ja genannt, das Programm, ähm, wo sie echt cooles Programm gemacht haben, wieder cooles Programm, also das ist ja, decken ja alles ab. Die anderen, wenn man die anderen Streams von den anderen Herstellern und so weiter, Publishern schaut, die zeigen halt immer nur ihren Kram und die, die Beans, die gehen halt wirklich rum und zeigen halt wirklich alle möglichen Stände und, äh, machen auch coole Aktionen und wir waren auch bei der, bei der Bühne natürlich. Hast du irgendwas verfolgt? Deinen Skui, der war ja dann irgendwie am Freitag, glaube ich, dann da, hat er sich mal hinbewegt, endlich mal, oder? Ich hab, ich hab tatsächlich relativ viel verfolgt, weil ich hab ja das alles von dir mitbekommen. Dafür nochmal danke. Ähm, ich find's immer noch unglaublich enttäuschend, dass du dir kein Tarkov-Tattoo erst machen lässt. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ganz vergessen, also, da kriegst du's ja totaler Escape-from-Tarkov-Gamer und ist da voll drin im Thema und, äh, hatte mich dann beauftragt, paar Sachen zu erfahren. Es gibt da eine neue Spielvariation, nennt sich Escape-from-Tarkov-Arena. Das ist ein ganz eigener Spielmodus. Ja, ja, eigener Spielmodus, noch ein paar Infos haben. Und Tarkov, die hatten, äh, oder Battlestate Games, die hatten zwei Stände, einen im Business-Bereich und einen im normalen Entertainment-Bereich. In dem Entertainment-Bereich war, wie sollte man's anders sagen, ein Fotoboof. Yay! Also, das war dieses Mal irgendwie so ein Ding mit irgendwelchen Foto-Gelegenheiten und gar nicht so viel mit Spielen. Also, sie hatten da so einen verransten Bus stehen, äh, wobei ich eher gedacht hätte, also, das hätte ich eher erwartet bei Fortnite, weil da fliegst du ja irgendwie mit einem Bus irgendwie und wirst dann so abgeworfen. Ähm, aber so ein ähnlicher Bus stand halt dort, da hatten sie so Tarnnetze noch aufgespannt und sie hatten so zwei, zwei Cosplayer, die da die ganze Zeit... Ja, Killer und Tagila. Ja. Aber, ja, wenn man's, genau, also, ich hab's ziemlich gefeiert, ich fand's ziemlich cool. Was ich allerdings auch noch mitbekommen hab, was ich sehr, sehr lustig fand, was ich gestern mitbekommen hab, ähm, die Hostess-Damen, die da diese Code-Kärtchen verteilt haben, da haben sie sie gefragt, also, gerade Streamer aus der Tarkov-Bubble haben sie gefragt, so, ja, ähm, was, was kriegt man denn da dafür? Und dann meinte sie, ja, ähm, so, äh, In-Game-Skins, äh, das gibt's halt in Tarkov nicht. Okay. Also, ja, das war, das war ein bisschen, bisschen traurig, also, klar, wenn du dann auch kompletten Freaks bei dir hast, ähm, positiv gemeint, Freaks natürlich, äh, ist einfach, einfach köstlich. Und, ja, Squee, Grüße an der Stelle, der hat sich ein Tattoo machen lassen gestern. Echt, ein echtes? Ja, ja. Okay. Also, das Tattoo, genau, vielleicht noch, äh, man konnte an dem Stand, in dem Bus, äh, saß ein, ein grimmiger Russe, der Tattoos verteilt. Und, äh, sei dazu gesagt, es war auch noch eine, eine, eine nette asiatische Dame, die auch Tattoos gemacht hat. Also, waren die zwei. Und als ich da war am Fachbesuchertag, da war halt noch nicht so viel los. Die waren halt auch noch nicht so in dem Messemodus drin. Und dann, dann kommt halt da so eine, so eine Pfeife da an, hat ein paar Fragen. Und da waren die zwei Mädels, die du eben genannt hattest, die null Plan hatten von irgendwas. Ich hab, ich hab die gefragt, so, ja, hier, wie sieht's aus? Neue Spiel, ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Keine Ahnung. Und so, und dann kam halt einer von denen, äh, von den anderen, von den richtigen, äh, die da verantwortlich sind raus, hab ich so was gefragt und, äh, irgendwas, ob's irgendwas Cooles gibt, so mitnehmen. Ja, 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 da, da, da musst du hier Foto machen mit den, mit den zwei Cosplayern, die aber nicht da waren. Ja, da musste dann wiederkommen und so. Ich sag, ja, kann ich nicht jetzt so ein Ding haben? Ich bin eh, ich bin ja nicht, der Spieler ist hier für, für ein Freund von mir, der, der musste zu Hause bleiben. Ich hab immer gesagt, du bist krank. Ich hab gesagt, der ist, der ist plötzlich krank geworden, der muss zu Hause bleiben, der ist total traurig und so. Und, naja. Da haben die gesagt, nee, aber du kannst hier ein Tattoo machen lassen. Da hab ich die noch gefragt, ja, ist das irgendwie so ein, so ein Henner oder ist das permanent und so? Nö, das ist, äh, ein richtiges, ja, ja, komm mal mit. Ich sag, ne, Moment mal. Ich bin hier, ich lass mir jetzt nicht einfach so eine AK-47 hier, äh, auf dem Arm oder irgendwo ins Gesicht tätowieren oder sowas. Äh, wenn ich, äh, das wäre dann mein erstes Tattoo. Es sollte nicht gerade irgendwie ein Truck-of-Tattoo sein. Und, äh, die so, ah ja, das ist doch nichts dabei und so. Ey, hallo? Äh, vor allem auch, äh, ja, wenn man das noch nie gemacht hat, weil ich ein bisschen auf Hygiene achte oder irgendwas. Keine Ahnung. Nicht auf einer verranzten Messe da irgendwo. Naja. Naja, auf jeden Fall bin ich da weggegangen, bin ich wiederkommen. Da waren die schon wieder weg, die Cosplayer. Da wollten sie mir immer noch keine, keine, keinen Kärtchen mit Code geben. Und, naja, dann irgendwann hat's dann geklappt. Dann hab ich dann das erste Foto mit denen gemacht. Und ich war ja dann auch noch mal im Business-Bereich. Und da war's so, da ging's halt wirklich nur mit Terminen. Da waren halt, ähm, ja, da waren die halt drin. Und was mir dann so ein bisschen geholfen hat, dass ich auch ein bisschen Russisch noch, noch tatsächlich noch kann und so. Und da hab ich halt, weil die, die wirklich wichtigen Leute dort haben wirklich mehr Russisch gesprochen. Die konnten ein bisschen in Englisch. Man hat's ja auch gemerkt in dem Livestream von dem einen, äh, von dem Chefentwickler da, der, äh, eigentlich versucht hat auf Englisch, aber meistens Sachen, wenn jemand eine Frage gestellt hat, hat's ihm jemand schnell auf Russisch gesagt. Und er hat dann auf Englisch geantwortet. Und das hat mir schon ein bisschen geholfen. Und ich hab dann gesehen, wie da zwei Leute rausgegangen sind aus diesem Business-Boof und irgendwo weggegangen sind. Und weil ich eh grad wieder raus wollte, bin ich denen nur hinterher. Und ich hab dann gesehen, die sind auf den Übergang, ähm, was noch Business-Bereich war, wo sie ein bisschen ihre Ruhe hatten. Ähm, auf dieser Brücke sind sie stehen geblieben. Da war der, der, der Chef-Programmierer und der Chef-Grafiker. Die zwei hab ich dann mal für den Chris mal abgefangen. Ja, das war mega. Und da musste ich erst mal, die erst so, nee, wir dürfen eigentlich nichts sagen. Ja, so, wir haben einen Pressesprecher und so. Wir sollen eigentlich nicht reden. Und so hab ich so, ey, komm, ey. Ich hab's zweimal versucht. Ich war drinnen, nee, dreimal. Ich war im Entertainment, da wollte mir keiner. Die haben aber keine Ahnung, die Mädels. Und, äh, da war ich im Business-Bereich. Die sagen, Termin. Und ich hab keinen Termin. Und das geht alles nicht. Und jetzt erzählt mal hier, komm, jetzt Butter bei die Fische. Ähm, genau. Und dann, dann hab ich gemerkt, okay, das waren jetzt so meine Fragen, die ich so aus der Lamengen hätte fragen sollen. Da hab ich gemerkt, ich komm nicht weiter. Da hab ich gedacht, ich ruf jetzt mal den Chris an, mal gucken, ob der noch was wissen will. Ja, dann haben wir tatsächlich damals schnell so ein spontanes Interview gemacht und ein Foto und so weiter. Ja, das war mega gut. Das waren schon zwei, zwei coole Socken. Aber auch ein bisschen, ja, wie halt zu Programmieren sind, ein bisschen introvertiert. Da kommt halt irgend so eine Pfeife auf die zugestürmt, die die mit Fragen zutextet. Und so mit einer Mischung aus Russisch und Englisch und so, was will der von uns? Wir wollen hier nur unsere Zigarette rauchen. Naja, war schon ganz cool. Nee, ist schon ganz cool. Das hast du sehr gut gemacht. Ja, danke, danke. Ja, da hab ich wenigstens ein, was von meiner To-Do-Liste für dich abgehakt. Nee, zwei, was hab ich abgehakt. Ich hab auch bei Nintendo für dich noch was mitgebracht, ja. Aber ansonsten, die anderen Sachen konnte ich leider nicht alles abhaken, weil ich musste dann selber auch noch ein paar Sachen. Nee, alles easy. Ja, auf jeden Fall, Gamescom war wieder ein Erlebnis. Ich überlege tatsächlich, weil ich in den Livestreams von den Rocket Beans gesehen hab, dass an dem ersten normalen Besuchstag gar nicht so proppevoll war, wie ich's in Erinnerung hatte. Ich war ja damals mit meiner Tochter immer mal anderthalb Tage auf der Gamescom, das heißt Fachbesuchertag und den ersten normalen Tag bis zum Mittag ungefähr und dann sind wir mit dem Zug heimgefahren. Ich überlege tatsächlich, ob ich das nächstes Jahr auch wieder so mach, dass mein Kleiner dann auch mal die Chance hat vielleicht, weil die ganzen Streamer und Influencer, die kommen halt erst an den normalen Besuchstagen. Da ist halt am Fachbesuchertag noch keiner da. Ja, da ist auf den Bühnen teilweise auch noch nichts los. Bei Nintendo war nichts los und da überlege ich tatsächlich, ob ich nächstes Jahr wieder irgendwie anderthalb Tage mach. Und mal gucken. Ist noch eine Weile hin bis dahin. Für die, die sich schon mal einen Termin eintragen wollen, das ist dann vom 21. August. Der Fachbesuchertag ist dann der 21. August nächstes Jahr. Gleich mal gucken, was das dann ist. Juni, Juni, August. Hier, 21. ist Mittwoch. Weil die haben es ja wieder ein bisschen verschoben. Früher war es ja immer Dienstag. Und ja, 21. August. Schon mal vormerken bis zum Wochenende. 21. bis 25. Ich trage es mir schon mal ein. Ist ja bei mir auch immer so eine Sache, weil bei uns ist ja Ferienzeit in der Zeit. Und da ist ja auch immer eine Sache mit Urlaub, Urlaubsplanung. Das heißt, wenn wir dann irgendwann wegfahren. Es könnte halt wirklich auch mal sein, dass wir nicht anders weg können, rein urlaubstechnisch, als genau auch in der Woche wegzufahren. Es gehen auch Flieger von Köln aus, habe ich gehört. Ja, aber da müssten ja alle mit hin und so. Ne, mal schauen. Okay, auf jeden Fall vormerken. Coole Sache. Gamescom kann ich empfehlen für jeden, der irgendwas ein bisschen mit Gaming am Hut hat oder auch an sich mit Technologie. Man sieht da auch wirklich, da habe ich mich auch viel aufgehalten bei den ganzen Hardwareherstellern, weil das ist auch die Entwicklung, die das mittlerweile gemacht hat. Von Asus, von Gigabyte. Ich habe ja meinen Rechner, mein fettes Gaming Rig, hier ist eigentlich komplett Gigabyte jetzt mal. Vorher hatte ich Asus gehabt. Mein vorhergehendes, diesmal bin ich komplett auf Gigabyte. Ich bin, muss ich sagen, von Gigabyte mittlerweile ein bisschen besser überzeugt von der Performance als von Asus damals. Aber das mal alles zu sehen, auch bei denen mal mit den Leuten zu sprechen, auch gerade im Business-Bereich, war schon ganz cool. Sehen, wie da die Entwicklung weitergeht. Und jetzt schauen wir mal, was wir musikmäßig auf unsere Playlist packen, denn wir sind eigentlich durch mit allen möglichen Themen. Chris, was packst du denn drauf? Ich habe von Artin Piano Ashokas Team. Okay. Und ich packe drauf von Ys Lanfort und Gasot Sayan. Das ist die aktuelle Nummer eins der französischen Musikcharts. Deswegen, weil wir ja den französischen Film hatten, packe ich das doch mal drauf auf Kinocast Songs. Und deins packe ich natürlich auch drauf. Das schliebt, danke. Haben wir es denn hier? Mache ich nämlich jetzt gleich live, dann vergesse ich es nicht. Ashokas Team von Artin Piano. Da ist es. Packe ich drauf. Könnt ihr abonnieren die Playlist unter Kinocast Songs auf Spotify. Habt ihr eine bunte Mischung aus allen möglichen Sachen. Ja. Dann sehen wir uns morgen zur Sneak Preview ein bisschen eher diesmal. Ja. Ich versuche dran zu denken. Ich auch, ja. Das wird etwas ungewöhnlich, aber ich habe ja eh, es ist eh ungewöhnlich, weil ich die nächste Woche noch frei habe. Oh, der feine Herr. Ja, jeder wird das verdienen. Du hast ja vier Wochen frei oder acht Wochen oder so. Sechs, sechseinhalb sind Ferien, aber ja. Auch nur sechseinhalb, boah, eine Runde Mitleid für den Lehrern. Ja, ja, ja. Augen auf bei der Berufswahl. Nee, genau. Ich habe nächste Woche noch frei. Und ja, mal gucken. Da werde ich vielleicht auch mal ein bisschen wieder mal spontan streamen. Mal gucken, was ich da so finde noch, was ich noch so auf der Gamescom entdeckt habe, was ich mir noch mal schnell klicken kann und mal testen kann. Ich habe ja gestern schon eins gestreamt. Da wird jetzt bald das VOD auf YouTube erscheinen. Da ist auch das Video von dem Hotel Check. Check. Das habe ich jetzt auch mal probiert als Facebook. Wie heißt das da? Facebook Reel oder Facebook Short. Und als YouTube Short habe ich es mal in Hochkant jeweils immer. Das darf ja, glaube ich, nur eine maximale Minute sein und so. Ich werde da mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe auch einen TikTok Account. Da werde ich auch mal versuchen, wenn ich es einmal jetzt hochkant bearbeitet habe, das da mal hochzuschießen. Solche Geschichten. Mal gucken, wie das funktioniert. Aber es gibt mittlerweile so viele Plattformen. Total irre. Weiß man gar nicht, was man machen soll. Ja. Na gut, sehen wir uns dann morgen in der Sneak Review. Mal gucken, was uns da erwartet. Und vielen Dank fürs Zuhören da draußen an den Empfangsgeräten. Bis bald dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis bald im Kinocast.